Wir haben es geschafft in sieben Jahren Direktion zu werden. Es war immer ein großes Ziel. Ich habe seitenweise in Zielbüchern aufgeschrieben, ich bin mit Direktion mit 24, mit 24, mit 24 und wir haben es dann wirklich geschafft mit 24 Direktion zu werden. Wie man das schafft? Ich werde sehr oft gefragt. Es ist, du brauchst einfach einen wahnsinnigen Ehrgeiz. Wenn man von Tristan irgendwas braucht, dann kann man um 12 am Abend anrufen, da weißt du, er ruft in fünf Minuten zurück. Er bringt immer deine Grenzen und so kann man am meisten leisten auch. Was der in seiner Zeit schon hingelegt hat, absolute Inspiration. Eine Direktion wird man nie alleine, also man braucht ein wunderbares Team, ein großartiges Team dafür, die wirklich mitziehen, die das Ganze begleiten, wir fast mit dem gleichen Ehrgeiz, mit der gleichen Leidenschaft an deiner Seite mitkämpfen und das ist uns die letzten Jahre super gelungen. Das ist auch das Tolle an dem Karrieresystem von der Deutschen Vermögensberatung, weil keiner wird als Direktionsleiter eingestellt, sondern jeder hat den gleichen Weg hinter sich. Jeder kennt das, wie man sich fühlt als Vermögensberat-Assistent. Dadurch ist das auch so genial, dieses Karrieresystem, weil auch ich als Führungskraft mich ganz anders dadurch auf meine Mitarbeiter einstellen kann und die auch ganz anders verstehen kann. Sein Bürotür ist immer offen, das heißt, wenn man ein Anliegen hat, dann hilft er einem. Wenn der quasi passt, dann kannst du dir zu ihm hin und kannst sagen, hey du, gefällt mir sein soll, dann sagst du, okay passt und wir ändern uns jetzt. Wir haben da wirklich ein tolles Geben und Nehmen, das darf man sich nicht so vorstellen. Er ist der Chef und ich bin die Mitarbeiterin, sondern wir schauen, dass wir da voneinander profitieren. Ich freue mich wahnsinnig auf meine Zukunft. Wir haben noch ein großes Vorhaben, wir bauen ein neues Bürogebäude jetzt mit 1400 Quadratmetern. Unser größtes Ziel ist sicher, dass wir die größte Direktion werden in Österreich. Wir haben ja das Zeug dazu. Wir haben eine wahnsinnig dynamische Mannschaft. Wir haben wirklich die Möglichkeit, denke ich, in Österreich etwas zu bewegen, das so noch nie da war. Ist natürlich ein riesen Ziel, aber mit dieser tollen Mannschaft bin ich davon überzeugt, dass wir das schaffen können.